Gibt mir eine Person, die weiß noch was will oder so, sowas mag ich. Das ist eigentlich schon immer das Gute bei Gothic gewesen. Ich sammle die Nuschel ein und das Vieh tut. Die armen Leute, die Nuss. Brumm. Der hat lange Arme. Hinten noch was. Hier ist noch ein Muschel. Das ist schön. Noch eine. Aufpassen, dass man die von einem Vieh gefressen wird. Ich dachte schon, das wäre mein Toad gewesen jetzt. Wenn das Vieh dort rauskommt. Das war schon ein bisschen... Ja. So du. Da muss ich noch mein Schild anlegen. Woher hat er das Schild nicht angelegt? Der Arsch. So jetzt an. Ah verdammt. Es sind zwei an der Axt, wie es alles sieht. Na, der wurde zersperrt. Da wurde zu stark auch. Es ist egal, wo das alles hängt. Da wurde zu stark auch. Es ist egal, wo das alles hängt. Na komm. Da wurde zu stark auch. Oh. Ja. Ja. Mensch. Da sind da so Viecher. Ja. 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 was das das ist die So, Nummer 1 ist Toad. So. Oh. Jetzt ist er auch nicht mehr da drin. Jetzt ist er auch nicht mehr da drin. Der letzte ist intelligent, ja. Passend. So, das hatten wir auch geklärt. Ja, man soll die Viecher auch nicht unterschätzen. Also das geht schneller als man denkt, dass man hier dann doch noch verliert. Und dann hat man wahrscheinlich eine Weile nicht abgespeichert und dann, ja, hat man es ja dort. Kann alles nochmal einsammeln oder eben, ja. Was ist hier hinten eigentlich noch? Nichts. Gut, dann tun wir jetzt mal hier diese Kollegen befragen da. Ah, der hat meinen neuen Freund gefunden auch. Ja, das ist jetzt meine. So. Na? Halt die Ohren schneiden. Das ist zu riskant. Ja, das ist jetzt. Und. Ich will hier das Feuer bequatschen. Ich will hier diesen... Boah, wie wir dann da. Na gut, wie auch immer. Nächstes Mal werden wir ins Banditenlager wieder zurückgehen. Und jetzt knacken wir mal schneller die Muscheln da. Wo sind die Muscheln? Ich glaub ich hab sechs Muscheln da. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Verdammt! Alles leer gewesen. Muss auch Glück sein scheinbar. Ja, wie auch immer, ja. Nächstes Mal zum Deunen wieder zurückgehen. Endlich. Mal wieder was anderes wie diese scheiß Stadt hier sehen. Und ja. Bleibt dabei. Mit Risen.